Mit Erfahrung, Sachverstand und einer großen Portion Empathie führt Heinz Rummel Prügel das traditionsreiche Bestattungsunternehmen Rummel in Nürnberg. Der Tod hinterlässt oft viel Ratlosigkeit. Angehörige werden in diesen schweren Stunden rücksichtsvoll, professionell und diskret begleitet. Die Mitarbeiter des ISO-zertifizierten Unternehmens führen dabei sämtliche Formalitäten durch. Neben Erd- und Feuerbestattungen führt man bei Rummel auch Kirchen-, See- und Naturbestattungen durch. Besonders schöne Andenken an Verstorbene sind die Fingerabdrücke als Schmuckstück und die aus Asche gefertigten Diamanten. Heinz Rummel Prügel ist zudem ausgebildeter Tanatopraktiker. Durch spezielle Rekonstruktionsmaßnahmen können sich Angehörige von Unfallopfern verabschieden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die gesetzliche Bestattungsfrist zu überschreiten. Bestattungen Rummel – der Meisterbetrieb Ihres Vertrauens.